Hallo Internet, ihr User seid gefragt bzw. ihr fragt und zwar unsere Spieler, denn wir haben wieder was Neues, Irres, Tolles. Und so haut sie. Ah ja, unter dem Hashtag Ask könnt ihr eure Fragen an Alex, Alex, Maxi, Bryce und Kollegen stellen bei Facebook, dann unter dem passenden Post in die Kommentarspalte eure Frage rein. Eigentlich logisch, oder? Aber um unser Gehalt zu rechtfertigen, fangen wir mal an, die Spieler stellen Fragen an, als hätte man es geplant. Na Danilo, eine Frage. Was ist dein Lieblingsfilm? How old are you? Was machst du so gerne in deiner Freizeit? I don't know, I need to know. Hallo Danilo, wieso ist Martin so nervig? Kann ich auch nicht sagen.